Es ist die Geschichte einer Beziehung, eines Paares, das 30 Jahre zusammenlebt und eigentlich vielleicht immer mehr nebeneinander als miteinander gelebt hat und das aber nie wirklich verbalisiert hat. Jeder hat das so in sich hineingefressen und es gibt einen äußeren Anlass, warum es plötzlich langsam dekouvriert wird, dass eigentlich die Liebe so wie sie mal war nicht mehr da ist. Es ist ein Stück über den Mut der Wahrheit in einer Beziehung. Und wie man damit umgeht, sieht man dann im Stück. Ich finde es jedenfalls wunderbar, wenn man seine Träume verwirklichen kann. Zumindest sollte man das respektieren. Ich habe mal davon geträumt, Bäcker zu werden. Es ist nie zu spät. Ich sehe mich schon in unserer kleinen Bäckerei hinten den Teig kneten. Du könntest dir vorstellen, von morgens bis abends Brote zu verkaufen. Warum nicht? Ich glaube dir kein Wort. Und weißt du auch warum? Weil dir etwas ganz Entscheidendes fehlen würde. Etwas, woran du dich sehr gewöhnt hast, mein Schatz. Was denn? Geld. Ach das. Ja, das. Du und David, ihr denkt an nichts anderes. Geld, Geld, Geld. Immer nur Geld. Als wenn es nichts anderes im Leben gibt. Was denn? Glück. Glück. Wir sind diejenigen, die das verdienen, was euch glücklich macht. Katrin verdient auch Geld. Ja, mit Vöbeln. Du bist unmöglich. Was verdient sie denn so? Keine Ahnung, aber ihr Laden läuft immer besser. Persönlich. Letzte Woche zum Beispiel hat sie zehn Wellensittiche verkauft. Zehn Wellensittiche. Was bringt denn so ein Wellensittich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zwischen 30 und 50 Euro. Huh. Weißt du, was David verdient? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Er verdient zehn Wellensittiche pro Stunde. Das kann nicht sein. Ich habe seit 40 Jahren nicht mehr Theater gespielt. Ich war einfach raus aus dem Laden, weil ich habe Fernsehen gemacht, habe sehr viele Drehbücher geschrieben und habe eine Familie entwickelt und habe inzwischen vier Kinder. Ich habe das Theater irgendwie vergessen. Und dann kriegte ich dieses Stück in die Hände und ich war hin und weg, weil es wirklich, ich habe selten so ein gutes Stück gelesen und auch nie so ein gutes Stück gespielt. Also sagen wir mal, aus diesem Boulevardcharakter ist es wirklich eins der Besten, das ich kenne. Sei nicht albern. Hört zu. Der Digga, der Schmuck, die Kleider, das alles gehört Katrin. Alles, was verschwunden ist, gehört ihr. Wir machen doch keine Bestandsaufnahme. Was gehört Katrin, was gehört David. Ich meine, das meiste hat sowieso hergekauft. Du begreifst nicht. Was ist sonst noch verschwunden? Na? Keine Ahnung, der hat mir doch keine Liste von den verschwundenen Gegenständen gegeben. Ich bin doch nicht sein Versicherungsmakler. Sag mal, bist du wirklich so schwer vom Begriff? Ich schwer vom Begriff? Jetzt wirst du doch schöner. Alles, was ich dir sagen will, ist, dass Katrin auch verschwunden ist. Du meinst, sie ist auch geklaut worden? Wer will denn die schon haben? Hättest du mich für blöd, oder was? Also wenn hier jemand blöd ist, dann du. Du verpasst mir lieber eine Demenz, als dich der Realität zu stellen. Schlaganfall, Schlaganfall, habe ich gesagt. Egal, schau. Katrin ist nicht hier, sie ist nicht zu Hause, sie geht nicht an ihr Handy. All ihre Sachen sind bei dem höchst unwahrscheinlichen Einbruch wie von Zauberhand verschwunden. Na, Klingels, das springt einem doch förmlich in die Augen. Was? Katrin hat David verlassen. Ja, es ist natürlich immer aufregend, in München zu spielen, meine Heimatstadt. Das einzige Problem ist ja, diese ganze Corona-Geschichte, es ist halt einfach nur 25 Prozent und es fehlen die Leute. Und man merkt so ein bisschen, dass ein paar Plätze frei sind und da könnte mehr sein. Und trotzdem, finde ich, haben sie wirklich gut reagiert. Wir sind vollere Häuser gewöhnt. Wir waren...